Traurige Nachricht für alle Holstein-Kiel-Fans. Trainer Ole Werner tritt freiwillig vom Amt des Trainers bei Holstein-Kiel zurück. Für mich persönlich kommt es nicht ganz überraschend, also dass er selber sagt, dass er zurücktritt, schon, aber dass man über die Trainerentscheidung langsam ein Urteil fällen muss für die Zukunft, da kommt es für mich nicht überraschend, denn die Saison ist bisher leider das Grauen für Holstein-Kiel, wenn man das mit letztem Jahr vergleicht. Und ich möchte Ole Werner trotzdem nicht kleinreden, ich möchte ihm eigentlich dafür danken, was er für diesen Verein getan hat. Er hat Mitte September 2019 das Amt übernommen und innerhalb von anderthalb Jahren eine so starke Truppe geformt, obwohl wir so viele Spieler verloren haben, wie beispielsweise Ken Zombie an größere Vereine oder Schindler, hat wieder aus, sage ich mal, nicht so motivierten, ach, ihr merkt selber, mir fällt das alles schwer, ich persönlich fühle mich davon sehr mitgenommen, weil ich fand ihn sehr sympathisch und ich fand, er war ein super Trainer. Was ich sagen wollte, er hat Spieler, die neu kamen, er hat sie integriert in die Mannschaft, wie zum Beispiel Lee oder Serra, hat er in die Mannschaft einintegriert. Es war eine geschlossene, eine unglaublich zusammengeschweißte Einheit dieser Mannschaft, wie es Holstein-Kiel eigentlich noch nie war. Und gerade deswegen, glaube ich, tut das weh, dass er jetzt geht. Vielleicht ist es auch die richtige Entscheidung, vielleicht auch nicht, man weiß es nicht. Also vorübergehend wird auf jeden Fall der Co-Trainer Dirk Bremser die Arbeit des Trainers übernehmen. Ich habe bisher noch keine Information, wer der neue Trainer dann von Holstein-Kiel wird. Wie gesagt, übergangsmäßig wird es erstmal der Co-Trainer, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Vielleicht funktioniert es ja auch, vielleicht wird es ja sogar besser, aber ich glaube einfach, dass es für Kiel eine Umstellung sein wird, dass Ole Werner nach so vielen Jahren, er hat ja auch davor schon bei Kiel in den U-Klassen zum Beispiel, hervorragende Arbeit geleistet. Und es ist natürlich umso trauriger, dass er den Aufstieg nicht geschafft hat, weil ich hatte es ihm von Herzen gegönnt, für das, was der Mann eigentlich, der hat diesen Verein gelebt, Holstein-Kiel. Und deswegen finde ich auch, sollte man nicht sauer auf ihn sein, dass man sagt, ja, er hat jetzt unseren Verein im Stich gelassen, sondern er hat für sich entschieden, es bringt nichts mehr, es ist die Luft raus, die Mannschaft ist verunsichert, wir brauchen einen neuen frischen Wind. Und dass er dann von sich aus sagt, ich möchte schweren Herzens dieses Traineramt nicht mehr ausführen, dafür sollte man ihm eigentlich Respekt zollen, dass er traut sich, so etwas zu sagen und dass er wirklich mit Herzblut eigentlich diesen Verein geführt hat. Und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank, Ole Werner, für das, was du für uns getan hast. Und es war eine super letzte Saison. Ich bin mega stolz auf euch, Gilo, und vor allem auf dich. Und ich hoffe, dass die Zukunft für dich rosiger sehen wird und du vielleicht einen neuen Trainerjob findest. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.